Musik Hallo meine lieben Care-Stylos, herzlich willkommen zu einem neuen Folge von Care's Beauty ABC. Wir sind heute beim Buchstaben C angelangt und der steht bei mir natürlich für CBD, dem tollen Wirkstoff, in den ich mich absolut verliebt habe. Und ich zeige euch auf jeden Fall alles, was ich zu diesem Wirkstoff euch sagen kann, genau was ich da rausgefunden habe, wie der so funktioniert. Und ich zeige euch ein Paket von PHC Beauty. Das ist eine Marke, die eben diesen Wirkstoff in ihrer Kosmetik komplett immer drin hat, in jedem Produkt. Und die sich einfach mit diesem Wirkstoff so auseinandersetzt. Und genau, ich bin ein riesen Fan davon geworden. Ich verlinke euch natürlich auch alle Produkte unten in der Infobox. Und es gibt auch einen Rabattcode, da könnt ihr gerne dann 20% sparen mit dem Rabattcode CAR20. Den blende ich euch hier mal ein und den verlinke ich euch auch unten in der Infobox, genauso wie den Online-Shop. Und natürlich werden, wie gesagt, alle Produkte aus diesem Video hier unten in der Infobox verlinkt. Wenn euch mein Video gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch keine Care-Stylus seid, dann wird es allerhöchste Eisenbahn dann unten noch ganz schnell auf Abonnieren klicken. Das ist kostenlos, es kostet euch nichts und ich freue mich einfach, wenn ihr zu meiner Community dazu gehört, genau. Ja, folgt mir auch gerne auf Instagram. Da blende ich euch hier meinen Namen ein und verlinke ihn euch auch unten in der Infobox. Und schreibt mir auch gerne Kommentare, was ihr von diesem Video haltet, wie ihr den Wirkstoff CBD findet, ob ihr den schon kennt und ob ihr den schon ausprobiert habt. Und schreibt mir auch gerne, was ihr von den Produkten von PHC haltet, genau. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem Skincare-Video von mir. Yeah! So, dann fangen wir mal an und kommen mal zu dem Wirkstoff CBD. Was bedeutet das eigentlich? Genau, was ist dieser Wirkstoff? Ich persönlich verwende jetzt schon CBD-Produkte seit einem Jahr und habe mich mit diesem Wirkstoff auseinandergesetzt. Und möchte euch das jetzt auf jeden Fall alles sagen, was ich soweit weiß, genau. Auf jeden Fall, CBD ist die Abkürzung für Cannabidiol. Ich blende das hier mal ein, genau. Und stammt von der weiblichen Hanfpflanze ab. Dieser Wirkstoff wurde 1940 das erste Mal entdeckt und ist einer von 113 identifizierten Cannabioden, wenn ich das richtig ausspreche, Cannabinoiden, genau, der Hanfpflanze und macht ungefähr 40% des Pflanzenextrakts. Kommen wir mal zur Wirkung. Genau, also vorneweg gleich mal, keine Sorge, ihr werdet von dem Ganzen nicht süchtig. Genau, ihr verliebt euch vielleicht in diesen Stoff und mögt ihn einfach, aber es besteht absolut keine schädigende Gefahr oder irgendwie, dass man irgendwie seinen Körper schädigt. Und es besteht auch kein Grund zur Sorge, dass man irgendwie von Hanf abhängig wird oder sowas. Keine Sorge. Das sind alles so geringe Dosen, die da drin sind, dass das überhaupt nicht passieren kann. Und bei dem Einsatz in der Kosmetik geht es eher um die heilende Wirkung, die dieser natürliche Pflanzenstoff einfach hat. Und die möchte man da eben nutzen. Und die Wirkung, die dem Ganzen zugesprochen wird, ist einfach beruhigend, entkrampfend, entzündungshemmend, angstlösend und er soll auch gegen Übelkeit helfen. Eingesetzt wird CBD unter anderem bei Lebensmitteln, zum Beispiel bei irgendwelchen Brotaufstrichen oder bei Hanfsamenöl. Genau, dann in der Medizin natürlich auch. Da wird unheimlich viel mit diesem Wirkstoff geforscht und es wird auch bei so Krankheiten wie MS, Krebs und Alzheimer teilweise sogar schon verwendet. Genau, und natürlich eben auch in unserer wunderschönen Beauty-Branche. Da gibt es immer mehr Produkte mit CBD. Das ist, was viele sagen, ach, ist so der Wirkstoff, der jetzt ganz neu rausgekommen ist und einfach so viele tolle Sachen machen kann. In der Kosmetik wird das Ganze immer verwendet, wenn es davon geht um Anti-Aging. Er wirkt entzündungshemmend, er wirkt regenerierend und störtend für die Haut. Also es stört die Haut, genau, dass sie gesund ist. Und das Tolle ist wirklich bei CBD, durch diese heilende Wirkung, die diese Pflanze einfach hat oder dieser Pflanzenextrakt, ist es auch super geeignet, wenn man zum Beispiel auch Problemhäute hat oder einfach, also es ist einfach für alle Hauttypen geeignet. Vor allem auch, wenn man zum Beispiel Hautprobleme hat, also wirklich zum Beispiel bei zarter Haut, bei trockener Haut, bei empfindlicher Haut, bei einer Mischhaut, genau, oder auch zum Beispiel bei so Sachen wie Kyporose, die ich zum Beispiel habe oder so, kann man das super toll verwenden, weil es einfach diese heilende Wirkung, diese beruhigende und entzündungshemmende Wirkung einfach hat und weil es einfach auch die Haut zum Beispiel auch stärkt. Also sie wird regeneriert, sie wird repariert und genau, es ist einfach so super. Ja, und eins meiner allerersten Produkte mit CBD drinnen, das war das Lippen-Elixier von Avon. Genau, das ist mein allererster, überhaupt mein allererster Hanfprodukt, das ich jemals verwendet habe. Und ich finde es so, so toll, man mag auch richtig so, gerade zum Beispiel auch auf der Lippe, wo man eine sehr, sehr dünne Haut hat oder so, einfach diese Schutz, diese Schutzfunktion einfach, dass es die Haut stark, genau, ist mega, mega gut. Also gefällt mir unheimlich gut. Und dann habe ich natürlich dann für mich diese Marke entdeckt, also einmal, Avon hat eben wirklich auch tolle CBD-Produkte, da verlinke ich euch auf jeden Fall die E-Broschüre unten, da könnt ihr gerne mal stöbern und ich schreibe euch auch alles so auf, was ich da jetzt gezeigt habe, eigentlich nur dieses Lippen-Elixier und vielleicht nur die Lippenpflege, denn ich schreibe euch das alles auf, genau. Und auf jeden Fall, und dann bin ich auf die Marke PHC Beauty gestoßen und ich bin einfach hin und weg. Die Marke gibt es von, also da ist die, die das praktisch kreiert hat, das ist die Verona Pot. Es handelt sich dabei um eine wirklich sehr, sehr hochwertige Wirkstoffkosmetik und deswegen ist sie vielleicht nicht ganz so günstig. Sie ist, würde ich sagen, in einem Bereich, wo es noch okay ist und, aber ihr braucht da keine Sorgen zu machen, es gibt auf jeden Fall auch einen Rabattcode von mir, das heißt, wenn euch die Produkte gefahren und ihr sie testen wollt oder wenn es euch interessiert, dann könnt ihr mit dem Rabattcode CARE20 20% auf das komplette Sortiment sparen, egal was ihr da kauft und ja, und ich zeige euch jetzt gleich mal so die Produkte, die ich schon habe, genau, und dann kommen wir zu meinem tollen Paket, das ich bekommen habe. Ja, die aller außen Produkte von PHC, die ich überhaupt hatte, war die Waikiki Glow Reihe. Ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich jetzt aktuell zu Hause habe, die Waikiki Glow Reihe, die werde ich mir vielleicht im Sommer dann wiederholen, genau, weil die wirklich so, so super war und da habe ich mich direkt schockverliebt in diese Firma, genau. Ja, bei PHC gilt bei allen Produkten, bei allen Produkten. Sie sind dermatologisch, wir sind sehr gut getestet, sie sind 100% vegan und tierversuchsfrei. In Deutschland hergestellt, ohne Parabene, ohne Silikone, ohne Sulfate, kein Mikroplastik, kein Erdöl und keine Pestizide werden da irgendwie verwendet oder so. Duftstoffe sind zwar ein paar drin, aber nur natürliche, die die Haut auf gar keinen Fall irgendwie irritieren oder so, oder reizen sollen, genau, sondern es sind einfach natürliche Duftstoffe, die da drin sind, genau. Und, ja, also ich bin da super, super begeistert. Was mir bei PHC, also man kann sich einfach darauf verlassen, dass es einfach passt. Was mir bei PHC auch so gut gefällt, ist, es macht schon auch Sinn, so ein Set zu kaufen. Also ihr könnt auch super gerne natürlich auch nur einzelne Produkte kaufen, aber es macht schon oft Sinn, da auch ein ganzes Set zu bestellen. Ich habe jetzt, wie gesagt, zum Beispiel dieses Status-Set geholt, weil einfach die Produkte, das ist eine, PHC beschreibt es immer als, als quasi als Hautpflegesystem. Also das heißt praktisch, ein Produkt greift ins andere und das ist wie ein Puzzle, wie ein großes Puzzle und jeder Baustein hat so seine Aufgabe. Und von dem her ist es echt voll cool und macht, also mir persönlich macht es voll Spaß, die Produkte zu verwenden und ich bin wirklich hin und weg. So, dann starten wir mal mit den Produkten, die ich zu Hause habe, genau. Und zwar, wie gesagt, ich habe eben dieses, dieses Starter-Set und da habe ich jetzt mal als Ausdruck auf jeden Fall die halt, ich habe auch noch eine Waschcreme, fällt mir gerade ein, genau, die habe ich jetzt drüben gelassen. Die gehört zu diesem Set auf jeden Fall dazu, könnt ihr euch gerne anschauen. Ein ganz tolles Produkt, auch wirklich auch für, gerade für eine Haut, die Kyberose hat zum Beispiel, super, super, ja wie soll ich sagen, sanft. Einfach sanft in der Reinigung, aber trotzdem porentief reinigt das Ding. Ich bin wirklich ganz begeistert. Und es versorgt sogar die Haut trotzdem, dass wir eigentlich waschen mit Feuchtigkeit und es sorgt auch dafür, dass die Feuchtigkeit in der Haut erhalten bleibt, genau. Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt hier meine Cremes zumindest und mein Serum aus dieser Reihe eben. Und da habe ich jetzt den Hydronic Day Booster, genau. Ein absolut veganes Produkt, also alle Produkte sind ja vegan, habe ich vorher schon erzählt, genau. Und das ist eine Tagescreme mit CBD und Regen drin. Und das hat auf jeden Fall einen Vorteil, dass es die Haut absolut strafft und glättet und auch die Elastidität der Haut erhöht. Und 56% der Falten sollen innerhalb von zwei Wochen reduziert werden, genau. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich das verwende, ich habe total frische, schöne Haut und Fällchen werden wirklich tatsächlich auch geglättet. Ich bin da wirklich ganz arg hin und weg. Und die Haut ist super, super mit Feuchtigkeit versorgt den ganzen Tag. Und da bin ich echt voll begeistert. Dann habe ich hier dazu noch die Nachtcreme, genau, die Deep Cell Night Repair Creme. Die spendet natürlich auch Feuchtigkeit und soll einfach die Haut über die Nacht regenerieren lassen, genau. Und auch reparieren. Und dann haben wir natürlich hier noch mein Serum, das Hydronic Face Serum. Total toll, mache ich jeden Tag, morgens und abends hin, genau. Das enthält CBD-Öl, Shea Butter und Squalane und es enthält auch dreifache Hyaluronsäure, das heißt Hoch-, Mittel- und Niedermolekular. Das ist quasi das Beste vom Besten, was man aus der Hyaluronsäure überhaupt verwenden kann. Und genau, und das steckt da alles drin. Und genau, also ich bin hoch begeistert von den Produkten und kann die euch wirklich nur empfehlen. Je, dann kommen wir mal zu meinem Paket. Ich freue mich so sehr, ja, dass es endlich angekommen ist. Und zwar einmal habe ich hier eben, wie schon erwähnt, aus der Waikiki Glow-Reihe ein Produkt, nämlich das Invisible Glow. Das ist eine veganische, hawaiianische Face- und Body-Schimmer-Lotion, genau. Die soll so ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen freundlich, bronzen, aber schon so ein bisschen die Haut ein bisschen sonnengeküsster erscheinen lassen. Das ist jetzt kein Selbstbräuner oder so, aber es soll einfach so ein bisschen so ein Schimmer geben und auch so ein bisschen die Haut ein bisschen sonnengeküsster aussehen lassen, damit man einfach ein bisschen Farbe kriegt, genau. Und ich finde es einfach so toll. Eigenschaften umhüllt die Haut mit einem seitigen Bronze-Effekt und pflegt diese gleichzeitig mit 5%igem CBD, steht da hinten drauf, genau. Verleiht der Haut ein seitig gebräuntes Erscheinungsblatt und einen Bronze-Schimmer bei gleichzeitiger Versorgung der Hautstruktur durch hydralisierende Wirkstoffe unter Zugabe von hochwertigem CBD, genau. Ja, also ein cooles Produkt. Moment, ich versuche es mal hier gerade so ein bisschen aufzukriegen. So sieht das Ganze aus, genau. Und man kann es eben auch fürs Gesicht nehmen, nicht nur für den ganzen Körper, sondern auch fürs Gesicht, genau, voll cool. Ja, so sieht es, sieht doch ganz cool aus. Dann haben wir hier noch das zweite Produkt und zwar Supreme CBD 24 Karat Gold Intense Serum. Das ist das Heilprodukt dieses Jahr, das ganz neu bei KHC rausgekommen ist, diese goldene Edition. Und mit 24 Karat Gold, unfassbar, genau, so sieht das Fläschchen aus oder der Flakon, genau, mega cool. Und was soll das Ganze machen, genau? Mit dem Serum 24 Karat Gold Intense Serum hat BHC ein zukunftsweisendes Feuchtigkeitsserum entwickelt, formuliert für die Anti-Aging Bedürfnisse von Frauen unterschiedlichen Alters. 24 Karatiges Gold, beugt vorzeitige Hautalterung vor und schenkt pure Leuchtkraft. Der Beauty Star CBD glättet Falten und spendet Feuchtigkeit. Zudem wirkt er beruhigend und stärkt die natürliche Hautbarriere. Dann ist auch noch was Cooles drin, was ich auch nicht wusste, dass es gibt. Vitamin F, das heißt Vitamin F Forte, schützt vor Bakterien und verhindert Wasserverlust. Es ist reich an Linolsäure, welches entzündungshemmend wirkt und Hautunreinheiten reduziert, genau. Somit ist Vitamin F besonders effektiv bei trockener, gestresster und sensibler Haut. Ich wusste gar nicht, dass es ein Vitamin F gibt. Seht ihr, man lernt noch was, genau. Also mega cool, ich freue mich riesig auf das Ganze, genau. Ich werde jetzt mal gleich das Serum ausprobieren und die tägliche Routine, das habe ich heute Morgen schon gemacht, genau. Und jetzt machen wir mal gleich das Serum hin. So, ich habe mal kurz einen Zopf gemacht, damit mir die Haare nicht ins Gesicht hergehen, dabei, genau. So, also hier ist auch so eine coole Pipette, das gefällt mir sehr gut. Und der flakoll ist übrigens auch blickdicht, was ich auch immer voll cool finde. Genau, so da ist schon so eine kleine Menge drin. Ich glaube, ich mache da jetzt gar nicht so viel. Kann man das sehen? Genau, so eine kleine Menge ist da drin. Mehr mache ich jetzt mal gar nicht. Ich gebe das jetzt mal da drauf. Und verreibe das immer so ein bisschen zwischen den Händen, wenn ich so was aufpragge. Und dann klopfe ich das so ein bisschen übers ganze Gesicht ein. Riecht super angenehm. So, ich weiß jetzt nicht, wie gut man das hier in der Kamera sehen kann, aber es hat sofort schon auch so einen kleinen Sofort-Effekt. Also man strahlt gleich viel mehr, hat einen tollen Glow und die Haut ist gleich viel, also mal viel zarter. Fühlt sich unheimlich gut an. Und ich bin auch der Meinung, es hat auch gleich so ein bisschen gestrafft und wie gesagt auch den Hautton so ein bisschen angepasst. Genau, also richtig cool. Ich bin mega begeistert, glaube ich, mal wieder. Und ja, aber das ist wie gesagt jetzt erstmal so die First Impression. Die war schon mal gut. Und ich werde es auf jeden Fall in der nächsten Zeit regelmäßig verwenden. Und ja, dann werden wir sehen, ob ich dann jeden Tag nur noch strahle. Ja, also ich finde es sieht man wirklich mega gut. Eigentlich, ich hoffe, ihr könnt es auch sehen, das, was ich sehe. Genau. Meine Haut wird gleich viel gestraffter und viel frischer. Unglaublich. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Das war es jetzt von meinem Beauty ABC. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch. Ich hoffe, ihr konntet neue Produkte entdecken. Und wenn ihr noch mehr von PHC sehen wollt, dann würde ich euch wirklich empfehlen, erstmal auch auf meinem Instagram-Profil vorbeizuschauen. Da gibt es jede Menge Infos dazu. Da habe ich auch schon einige Livestreams gemacht. Und auch die anderen Produkte, die ich vorhin so ein bisschen gezeigt habe, auch schon vorgestellt in Livestreams und so weiter. Also schaut da gerne vorbei. Und ansonsten könnt ihr auch gerne, wie gesagt, unten auf den Online-Shop gehen. Mit dem Rabattcode CAR20 bekommt ihr 20% auf alle Produkte, egal was ihr euch holt. Und ab einem Einkaufswert von, oder ab einem Bestellwert von 50 Euro wird euch der Versand geschenkt quasi. Also die Versand ist dann kostenlos. Und von dem her, ja, voll cool. Ich freue mich mega. Ich hoffe, euch hat es aufgefallen. Jetzt kommt hier gleich noch ein Bildchen. Genau, da zeige ich euch, oder da könnt ihr draufklicken und könnt meinen Kanal abonnieren. Und hier, oder kommt das Bildchen da? Nein, es kommt auf der Fensterseite, genau, oder? Ging halt gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, glaube ich, kommt hier jetzt dann gleich das Video. Hier kommt, glaube ich, das Bildchen und hier kommt das Video, genau. Hier kommt jetzt gleich ein Video, das könnt ihr euch anschauen. Und, ja, das ist das letzte Video, das ich hochgeladen habe. Ich würde mich super freuen, wenn ihr da auch ein bisschen Liebe drunter da lasst. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wundervollen Tag bei allem, was ihr tut. Viel Spaß, das war's, eure Kehr. Ciao!